Guten Tag liebe Freunde und herzlich willkommen auf MasimELP. Meine Güte, freu ich mich euch heute endlich wieder zu sehen. Oh, ich habe so lange gewartet. Ich meine, du und du und du. Schaut euer Lächeln an, euer skeptisches Gesicht. Oh, ich liebe es. Heute mit dabei, hey, heute mit dabei, Demetros und HanebambleLP. Ihr könnt auch gerne mal auf seinem Channel vorbeischauen. Ich meine, ich denke mal, er wird dasselbe hochladen. Und dann seht ihr auch mal, wie ein Noob Auto fährt und wie er seinen Flugschein macht. Also grauenvoll. Nicht lange schnacken. Mein Controller funktioniert nicht. Halb so wild. Wir haben noch eine Maus. Wir suchen jetzt ein Spiel, setzen hier dann einen kurzen Cut und sehen uns sofort im Spiel wieder. Ja, danke herzlich. So. So, und damit herzlich willkommen bei dieser Folge Rocket Lee. Lee? 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 Was ist das japanische Spiel? Rocket Lee? Auch? Ich weiß gar nicht. Er hat mich entwickelt. Square Enix, oder? Oh, danke für die Unterstützung. Oh, ja, ja. Oh nein, da ist schon jemand. Oh, ich weiß nicht, warum ich jetzt. Okay, doch. Oh, das liegt ja noch schon. Ja, ja. Oh, schade. Oh, das war mir zu hoch. Schade. Oh, gut, ich dachte gerade, oh, der ist schön, der ist schön, der ist schön, der ist schön, der ist schön. Sehr schön. Glück. So kann das Spielbeginn sein. Glück. Ja, ich meine, schau dir das mal an. Der hat Zeit und Zeit und Zeit. Ja, war doch eine gute Parade. Oh, guck dir den Assi an. Was für eine Parade. Richtig hochnäsig. Ja, ich weiß nicht, ich bin euer Top-Keeper, so. Ich bin da, Manuel Neuner. So, guck mal, euer Ball. Wir haben leider kein Boost, mir wurde alles geklaut. Ey, das komplette Feld war gerade eben von Boost, mir gehört, selbst die Klein-Boost, das war nicht. Boah, da kommt gleich wieder einer. Ja, das ist kein Problem. So, Boost plus. Oh, schade. Oh. Na, dann mach ich mal kein Zeug, guck dir das an. Ich will die Parade. Das hat doch gar nicht ganz Parade bekommen. Nein, ganz normale Parade. Das sah doch so aus. Wow, sind wir jetzt alle da? Nee, der ist schon auf dem Weg. Oh, wow, wow, wow. Oh, ihr Arsch, der hat ja alles weggenommen. Bist ihm zu langsam wieder gewesen. Reis. Hab ich? Ja, ich spiel. Ach. Oh, oh, oh. Ah, der Bauer. Lack. Jetzt geht's los. Was hast du gerade gesagt? Was? Das war ästhetisch, aerodynamisch in der Luft gerade. Hast du mir nicht wirklich einen wunderschönen Pass gesehen? Nein. Ja, komm, wir Haschen. Dankeschön. Für dein Selbstvertrauen. Hab ich. Wirklich? Ich echt. Ja, ich hole nochmal Boost, kann ich finden irgendwo. Ich hab Bock, dir aus dem Tor zu rammen. Au. Schau, das sind wir nicht weggerammen. Oh. Ich war es nicht. Demetro, ich hab's doch gesehen. Schön geblockt. Oh, oh, oh. Geiler Pass. Oh, und dann nochmal auf den Boden. Oh, ey. Was ein Wichser, Alter. Was ein Wichser. Alter, echt gut, wie der den nochmal angeditscht hat. Hab ich. Oh, hab ich dir jetzt den Boost geklaut. Mir? Oh nein, ich stehe am Post. Aua. Oh, hab ich dir da gerade den Boost geklaut? Alter, seid so ein Spielverderber. So, hab ich dir gerade den Ball geklaut? Ich hab ihn doch noch berührt. Alles gut. Schwetzer. Wow. Schwetzer. Oh, der war schockt. Ich hab leider keinen Boost. Ja, mach, mach, mach. Schieß einfach. Schieß ins Tor. Ich war aufgeregt. Ich war nervös. Das war ein Angsthüpfer. Ey, das ist mein Ding, ja. Oh, schöne Bande. Ja, Mann. Komm schon. Oh, warum? Schön vorbeigesprungen. Ich hab aus dem Fallrückzieher gemacht. Das war Panik. Shit. Ich hasse, dass du in der Lampe kratzt. So, überhaupt. Ja, weg da. Mein Boost, mein Boost. Oh, diese Arschgeige. So, zack, da. Was hättet ihr denn so schön zu zweit rüberspielen können? Hätten was? Hättet ihr, ja. Noch 5-0-2-0. Noch mach mir keine großen Sorgen. Oh, zu dem Punkt. Nein, 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 nein. Ich hab nicht gebracht. Jetzt, jetzt, jetzt. Nein, nein, nein. Oh, ich stand gerade echt vorbei. Ich stand gerade echt so oft dringend vorbei. Warte mal, was hieß da? Nein, nein, nein. Ah. Komm, schau mal in die Rückspiegel. Oh, hier hört man so einen reichten Demetros-Boost. Ist das was? Ich greife nicht an. Ja, ich weiß. Man schiebt sich nicht an. Klampe. Wir sind hier zusammen, gerade, ey. Vote for Team Fat. Schön. Wer glaubt mir hier denn andauernd Boost? Achtung. Oh, die springen ja echt alle vorbei. Ja. Oh, oh. Schön. Kein Länger. Scheiß. Komm. Oh. Warte mal, gibt's hier. Oh. Achtung. Die springen. Kein Problem. Ach so, ich dachte, du haustig. Scheiße. Wieder schön alle vorbei. Das ist die Part. Das sind zum Glück genau solche Loops wie wir. Loops? Oh, ich wurde angetotzt. Nein. Egal, Team Fat reißt es. Oh. Die kann total nicht mehr schlafen. Ja, stopp noch mal vorm Toss. Schön. Wie oft wollt ihr mich denn noch angetotzen? Zack. Ich krieg nochmal die Parade. Bam. So. Dann das übliche Prozedere. Hier ein kleiner Cut und bis gleich. Und herzlich willkommen zurück. Welches Video? Ah, da ist so. Ja, das wird nicht lang gehen, dass wir wieder ein Bot drin haben. Ach. Wir schwätze danach. Der Benni meint immer wieder dazwischen zu schwätzen. Ja. Ich hab' einen Plan. I don't like this. Was ist jetzt passiert? Wozu hab' ich jetzt Musco? Ich hab' ihn gelupft. Und er ist halt drauf reingefallen. Ach Gott, die sind orange. Oh. Totale Verwirrung. Ich müsste nur auf mein Auto schauen. Oder einfach auf die Seitenfarbe. Könnte ich rein theoretisch machen. Mach' ich aber nie. Oh, er hat mich aufgehört. Oh, den könnt' ich schnornen, den könnt' ich schnornen, den könnt' ich schnornen. Den könnt' ich nicht schnornen. Mit Wurst hätte ich ihn schnornen können, aber... Ich hab' die Befürchtung, du hast grad Orgasmus. Oh, schade. Okay. Ich hab' die Befürchtung, du hast grad Orgasmus. Nein. Welche Gurkengröße benutzt? Also... Salat. Ah. Es die Gurke. Oh, er war gut. Danke, ich weiß. Nicht deiner. Achtung. Wow. Oh, du Pizzer. Das wär' mal eine Parade gewesen. Ich brauch' Punkte. Ich hab' den noch gar nicht berührt. Hab' ich nicht mehr Lust gehabt. Oh, was macht ihr? Ich war zwar neben dir, aber ich hab' die Parade auch nicht bekommen, soweit ich's gesehen habe. Echt? Bong. Big Booty. Ich will nicht, dass ihn einer von euch berührt. Ich bin... Ich weiß nicht. Ich bin kein Teamplayer. Haut ab. Hahaha. Sie haben mal alleine gegen die drei Spiele. Easy. Aua. Können wir den mal raushauen von unserer Ecke? Ich würd' ja aber stattdessen, anstatt den Ball zu treffen, treffen die immer mich. Natürlich, und der hat Kraftfuß, ne? Hab' ich ja, danke. Ach, knapp, Face. Oh yeah, oh yeah. Oh, jetzt wollt' ich den Bauer machen. Ups. Dafür kann ich aber diesmal echt nix. Ey, dein Scheißer! Hahaha. Schön abgesahnt. Oh, habt ihr den? Ne. Aber die auch nicht. Oh, hohohoho. Oh, geil, danke. Mal zum Tor. Hahaha. Die haben wir nun gehalten. Geil. Die perfekte Vorlage. Mann. Ja, jetzt kommt er wieder so. Oh, du warst auch hier, Chris. Warum wollten wir das jetzt beide? Hau ab. Nein! Da kann man's jetzt aber echt du schuld, Alter. Das sind dir ja eh geholt. Ja, vielleicht. Jetzt ist da wieder Fußfurchtkraft vorbeigefahren bin. Oh. Hahaha. Volle Kalle mit dem Bauch. Oh, Alter. Wie so immer ich. Boah. 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 Bein Ernst, spiel doch auch. Das ist was, Alter. Ich dachte, er blockt ihn. Ich bin so ein Denker, weißt du. Ich, ich, ich spiel mit dem Kopf. Hahaha. Aber in Rocket League ist das lediglich, du musst irgendwie mit den Fingers spielen. Ich meine, hier spielen sehr wenige mit im Kopf. Ich meine, man merkt es ja jedes Mal, wenn man den Chat anhat. Du Arschloch, voll der Noob, voll easy to win. 7-1, was? Deutschland, Brasilien oder was? Schreibe aber sehr viel. War das 7-1? Ja, ich glaube es war das 7-1. Parade! Hast mich doch auch mal wieder den Ball an Didger in der Aufnahme, habe ich glaube ich noch gar nichts berührt. Ich bin aber wieder hinten beim Tor. Alter, ich habe den zuerst berührt und dann hast du ihn reingeschossen, glaube ich. Guck mal, ich habe nämlich den Assist bekommen. Das habe alles ich gemacht, der das anzeigt. Oh, was für ein knappes Ding. Alter. Vor allem in der Wiederholung, ich weiß nicht, da fehlen 3-4 cm, bis ich überhaupt mal den Ball berühre. Ey. Ups. Boah, ne, ich schalte jetzt auf stur. So, so, hier. Ich habe echt gewartet, bis du den Backflip machst, aber du machst, dann gab keinen. Ne, das war der Klapp-Zahl. Ne. Das ist so arschgängig, glaub nicht, da hat den Boost. Gut. Eis. So, was für'n schöner noch. Oh, nein, ich scho, oder? Ach. Was? Also, voll in den Winkel, weißt du, und dann geht da nicht rein, oder was? Das 10? Keine Träger. Für die Rocket Leech-Physics. Ja. Warum? Ist der dahinter? War noch der Pass geklaut hier. Das will ich doch gar nicht, das will ich. Schön. Danke. War gerade ein echt guter Schuss, gell? Meint ihr nicht auch? Boah. Bin auch so stumm zu sein. Ihr Arschgelben. Oh. Ich will irgendwas zerstören. Oh. Fuck, da war ich zerstören. Guck mal. Ja, guter Pass. Nein. Ich sag' Amateur, war das jetzt? Ich kann's gewesen sein. Aber das war ein guter Pass, würde ich sagen, von dir. Ja, ich hab' gedacht, komm, mach so mal ein bisschen soft, weil... Du kannst schon immer den Bauern raushängen lassen, weißt du? Ich mein' nur, weil ich ein Bauer... Bauer. Bauer. Bauarbeiter. Aber super, keiner von euch fährt. Doch. Ich bin gefahren. Langsam. Oh, ich bin so schlecht. Guck mal rein. Ja, kein Problem. Du passt dich nur an. Meine... Ich spring mal ein bisschen durch die Gegend. Ey, wir gewinnen. Was? Ja. Sieht so aus, oder? Lass mich noch mal antitschen. Ich will auch noch mal antitschen. Ich darf noch mal antitschen. Dieser elendige Pisser. So. Dann warst du es schon wieder. Wir sehen uns in der nächsten Folge Rocket League mit Demestos. Demestos? Demetros. Dankeschön. Du bist das. Also bis dann. Ciao. Ciao. Tschö.